Und dann darf ich jetzt wirklich überleiten zum Orchester, das hinter mir aufgebaut ist. Es hat den Titel Morgendämmerung der Gerechtigkeit von Clemens Weinhold. Und ich denke, das ist ein schöner Titel für den Anfang dieser Konferenz. Morgendämmerung, das ist eher auch eine kurze Sache, aber man merkt, da wird es Licht, oder? Es wird Licht darin. Deshalb am Anfang die Morgendämmerung der Gerechtigkeit. Musik 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 Musik